Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte ich nehme euch jetzt mal wieder mit. Gestern wollte ich eigentlich vloggen, da habe ich einfach keine Lust gehabt und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und wir waren gestern auch den ganzen Tag unterwegs, das wäre so uninteressant für euch gewesen. Und dementsprechend heute. Heute ist auch schon der Tag ein bisschen angebrochen. Wir haben schon 13 Uhr und wir haben auch schon den Wocheneinkauf gemacht. Und jetzt mache ich gerade Mittagessen, die Kleine schläft, mache gerade ihren Mittagsschlaf und ich mache, wie gesagt, gerade Mittagessen. Es gibt heute Hähnchen. Da zeige ich das gleich nochmal genau. Und Felix hat ja Urlaub und du räumst gerade das Wohnzimmer auf. Genau. Und gestern waren wir Deko-Shoppen, das kann ich euch auch nochmal zeigen. So, wir haben das hier nämlich schon so ein bisschen aufgestellt, also Felix hat das einem alles hingestellt. Und zwar braucht man da so ein bisschen Deko hier für unser Wohnzimmer. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und da habe ich mich hier einmal für so eine, ja wie sagt man, so einen Korb entschieden. Da kommt eine Kerze rein. Ich fand das so schön. Das passt sehr, sehr gut hier hin. Genau. Und dann habe ich mich hier noch für so zwei kleine Bäume entschieden. Die müssen wir jetzt noch so ein bisschen richten. Die sind jetzt noch im Verpackungsmodus. Genau. Einen kleinen und einen großen sind mit so Filz. Ich finde das irgendwie total süß. Dann habe ich mich hier für diesen süßen Elch entschieden. Den finde ich auch so hübsch. Und der kann hier wie gesagt so sitzen. Ich denke, der bleibt hier auch so an der Ecke. Aber die Pflanze werden wir dann noch wegstellen. Genau. Weil der Herr hat hier diese Hängefüße und ich finde das einfach so niedlich. Dann habe ich mich hier noch für so einen Blumentopf entschieden. Total verrückt. Das ist halt so ein Korb. Aber innen extra mit Plastik, damit man da so eine Blume drin einpflanzen kann. Das hätte ich gerne für die Fensterbank hier im Wohnzimmer. Und ich finde diese Farbe passt einfach so gut hier zu uns in so einem Schrank. Und da wie gesagt würde ich gerne dann eine Pflanze einpflanzen. Dann habe ich mich hier noch für dieses, äh, oh, falsche Seite ist so. Einmal hier für diesen süßen Elch entschieden. Oder Reh. Ähm, genau. Der hat hier so ein kleines Halsband oben. So eine Glocke auch. Und finde ich auch sehr, sehr hübsch. Und passend dazu hier so ein kleines Bäumchen. Ich finde, das sieht einfach ganz harmonisch aus jetzt für den Winter. Richtig schön. Ich liebe ja Winterdeko, ne. Also das ist echt der Wahnsinn. So, und dann habe ich hier noch zwei Sachen. So einmal fix ausgepackt. Das hier ist nämlich auch so ein, ja, so ein sitzender Wichtel. Auch mega süß. Der hat hier so zwei Äuglein. Und dann hier so die Nase mit dem großen Bart. Auch mega süß. Die musste ich auch einfach mitnehmen. So hübsch. Und dann habe ich hier noch diesen Baum mitgenommen. Den habe ich jetzt ganz spontan noch an der Kasse entdeckt. Der gefiel mir auch so unglaublich gut. Und den würde ich gerne tatsächlich mit dem Korb hier, diesen Blumentopf, auf die Fensterbank stellen. Weil ich finde, das sieht einfach total schön aus. Und zu guter Letzt sind jetzt diese beiden Eulen hier noch geworden. Das war so ein Set. Und ich finde das auch so unglaublich niedlich. Weil die auch so zwei verschiedene Mützen aufhaben. Und ich finde das einfach so goldig, Leute. Ich bin so verliebt gewesen. Die mussten einfach mit. Und ich finde auch, die Mützen sehen einfach so schön aus. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mal schauen, wo die hinkommen. Es muss ja auch nicht alles ins Wohnzimmer hier. Und jetzt fast vergessen, habe ich noch hier für unseren Tannenbaum zwei Eisbären mitgenommen. Das sind so, ja, Tannenbaumkugeln eigentlich. Nur halt so als Eisbären. Und ich finde das auch so schön. Und unser Tannenbaum ist ja dunkelblau, weiß, grau, silber. Und da passt es einfach perfekt. Und ich fand das so süß. Die mussten natürlich dann auch mit. Ja, und das war unser Ausbeutel von gestern. Mal schauen, wie wir das hier dekorieren. Und wie das dann nachher aussehen wird. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Wohnzimmer. So, ich fühle mich jetzt aber erstmal ums Essen. Ich habe hier schon das Hähnchen vorbereitet mit so ein bisschen Butter. Das kommt jetzt einmal in den Ofen, damit die Butter schön schmilzt. Und dann habe ich hier auch schon eine kleine Gewürzmischung vorbereitet. Und dann, ja, hoffen wir mal, dass es schmeckt. Dazu gibt es Kroketten. Ganz simpel, ganz einfach, aber mega lecker. Hähnchen ist hier im Ofen. Und ich habe hier mit Lia die letzten Tage gemalt. Und das sind so ein paar schöne Sachen bei rumgekommen. Aber die Küche hat so ein bisschen gelitten. Aber meine Güte, streichen wir wieder über. Passt schon. Mal, das ist so schön geworden. So, das ist übrigens unser Wohnzimmer. So sieht hier die Fernsehwand aus. Wir haben uns jetzt einen neuen Fernseher gekauft. Und mit unserem alten hatten wir ja so ein kleines Problem. Der wurde nämlich kaputt geliefert. Aber leider möchten die den nicht zurücknehmen, obwohl es nicht unsere Schuld war. Aber naja, jetzt haben wir uns einen neuen gekauft. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir haben hier auch ein bisschen was für Lia. Hier zum Beispiel das ganze Neugrad. Das ist, ähm, ja, wie nennt man das am besten? Ein Board. Ein Board. Und das findet Lia so toll. Ich hätte damit nie gerechnet, dass Lia das so genial findet. Die stellt sich darauf, wie ihr das hier im Bild seht zum Beispiel. Und schaukelt dann hin und her. Und legt sich aber auch darauf und schaukelt dann. Also, die benutzt das so vielseitig. Das ist so genial. Ich verlinke euch das Ganze einfach mal in der Infobox. Ihr seht aber auch hier einmal, wie das Ganze heißt. Aber ich hätte damit echt nicht gerechnet, dass Lia das so toll findet. Aber die hat so viele Ideen, was man damit machen kann. Das hält sogar ein Mann aus. Genau. Mein Vater stand da auch schon drauf. Das ist so krass. Also, das hält so viel aus. Und wir haben das hier in Rose genommen. Mit Gravur sogar. Also, man kann hier auch den Namen eingrammen lassen. Und unten haben wir rosanes Seil genommen. Das könnt ihr alles selber entscheiden. Also, das ist die Seilfarbe und auch hier oben die Farbe. Ihr könnt es aber auch in Natur nehmen zum Beispiel. Ich habe es heute gesehen in Natur mit schwarzen Seilen. Finde ich auch super schön. Genau. Und Lia, wie gesagt, findet es mega. Hätte ich, wie gesagt, niemals gerechnet. Aber sie ist einmal völlig begeistert. Ich zeige euch das nachher vielleicht mal in Action. Und dann haben wir hier noch Lias Schaukelpferd. Das ist vererbt von meiner Mutter. Meine Mutter saß da schon als Kind drauf. Und ja, jetzt hat Lia das. Und wir werden das jetzt so ein bisschen aufpimpen noch. Denn, ja, hier sind einfach so ein paar Sticker drauf zum Beispiel. Und es ist halt einfach auch schon echt total alt. Also jetzt 50 Jahre, über 50 Jahre schon. Und wir wollen das aber so ein bisschen aufpimpen. Und dann nehmen wir euch den auch mit. Ich denke, ich zeige das auf Instagram oder auch hier auf YouTube. Mal schauen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie es jetzt aussieht. Und dann später, wie es später aussieht. So, hier haben wir ja, wie gesagt, die ganze Weihnachtsdeko. Und den Hundekorb. Der ist jetzt noch hier mit der Herbstdeko voll. Das tun wir gleich alles weg. Aber sonst haben wir hier so einen Hundekorb, passend zur dunkelblauen Wand. Hier saugt Felix jetzt eben kurz das Sofa. Und das hier ist ja so unsere Sofa-Ecke sozusagen. Und da brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch ein paar Poster. Und sonst ist es hier eigentlich auch schon fertig. Außer eine Lampe, da finden wir einfach auch nichts Passendes. Total schwierig. Genau, aber so sieht es hier erstmal aus. Und dann habt ihr einfach so einen kleinen Einblick. Ich habe gerade auch schon die Spülmaschine angemacht. Hört ihr vielleicht im Hintergrund und werde jetzt nochmal eine Waschmaschine mit Stoffbinnen anmachen. Und dann habe ich das auch schon mal für heute abgehakt. Und dann muss ich da wahrscheinlich gleich nochmal Wäsche abhängen. Und ja, die Getränke muss ich dann wegräumen vom Einkaufen. Die stellen wir immer hier vorne neben den Kühlschrank. Ja, und dann heißt es gleich noch ins Ankleidezimmer gehen. Ich wollte da heute auch mal alles ausräumen, weil wir da alles reingestopft haben, was man halt, ja, ansammelt. Was noch keinen richtigen Platz hatte damals beim Umzug. Und das wollte ich heute alles mal rausräumen. Also da sind viele Sachen, die wir auch bewahrt haben fürs zweite Kind zum Beispiel. Das werden wir natürlich alles behalten. Aber es sind einfach ein paar Sachen drin, wo ich sage, okay, das kann jetzt wirklich weg. Und das werde ich dann nachher einmal alles aussortieren. Das Problem ist aber, Lila schläft gerade bei uns im Schlafzimmer. Und deswegen kann ich da jetzt nicht rein, beziehungsweise keinen Lärm machen. Wir haben hier so Knödel hingehängt. Und hier oben in diesem kleinen Kasten war, der war eigentlich komplett voll. Und jetzt haben die den komplett leer gegessen. Und das ist so krass. Hier sind meistens so 20 Vögel auf einmal. So Spatzen oder Schwalben sind hier. Und Meisen. Und die sitzen hier immer auf dem Gerüst. Und fressen dann hier alles ab. Für mich hängen immer ein paar neue raus. Wir haben echt nicht gedacht, dass sie das so gut annehmen. Und das hat auch echt ein paar Tage gedauert. Also bestimmt fünf Tage, bis sie sich überhaupt mal getraut haben, hier ranzugehen. Aber jetzt sitzen die, wie gesagt, immer hier. Und Lila ist völlig begeistert. Und schaut immer. Guckst du hin? Gibt mir nochmal einen mehr? Ja. Wir haben extra so eine Kiste. Die ohne Netz? Ja. Extra so einen ganzen Beutel hier voll. Damit die auch bloß immer was zu essen kriegen. Die würden sie am liebsten. Die hier? Aber erst wenn sie eingeweicht sind. Ja. Das sind die mit Insekten, ne? Also... Nee, die sind? Nee, da ist kein Insekt drin. Normalerweise sind die mit Insekten. So, jetzt hängt der Knödelknast wieder. Und ich glaube, ihr hört die Vögel schon, ne? Die drehen hier völlig ab. Weil die fressen hier alle. Bei allen Nachbarn fressen die was. Und dann soll ich die da hängen lassen? Dann haben die Blatttippen wieder unten immer rum. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, mach das doch. Das da finde ich nicht so lecker anscheinend. Aber irgendwann wird es auch. So, Tür wieder zu. Und jetzt schauen wir mal, ob die nachher wieder kommen. Vielleicht euch das mal zeigen, weil das ist wirklich so süß. Und Lila ist wie gesagt auch völlig begeistert. So, hier wieder zumachen. Bevor Lila die Knödel findet. Die werden sicherlich gleich da sein. Meinst du, die kommen gleich? Ja, die haben sich mal behalten. Hat er schon gesehen. Aha, haben schon gequatscht. Haben gesagt, oh, guck mal, die hängen wieder was raus. Die lassen sich nicht so vorgenotzen, ne? Wie kommen die gleich drauf? Felix hat gerade hier das Sofa, wie gesagt, jetzt gemacht. Sieht es wieder schick aus. Und er hat vorhin Lias Weihnachtsgeschenk schon mal vorbereitet. Sie bekommt von uns ja eine Ikea-Küche, die wir aber selber nochmal aufpimpen. Das ist ja so ein ganz bekannter Ikea-Hack. Das machen ja total viele. Und ich wollte das auch machen für Lila. Und da haben wir die Küche jetzt auseinander gebaut. Und wollen da jetzt anfangen, die fertig zu machen. Aber da gibt es ein extra Video zu. Das war nämlich so gefragt auf Instagram, dass ihr da unbedingt ein extra Video zu wollt. Und das mache ich dann auch. So, jetzt muss ich aber schon mich schon mal essen kümmern hier. Einmal die Gewürzmischung drauf machen, weil die Hinken, glaube ich, soweit schon. Naja, die Butter ist schön geschmolzen. Dann kann ich das schon mal fertig machen. Zu den Hähnchen essen wir übrigens Kroketten. Wie gesagt, die schmeißen wir gleich einfach schon in die Fritteuse. Und dann ist es gut. So, Essen ist fertig. So sieht es aus. Ich habe mir noch ein paar Paprika gemacht. Und hier haben wir noch so eine Sau-Creme. Ich werde jetzt für die ja auch noch ein Stückchen Hähnchen abschneiden. Und dann wird das erstmal schön gegessen. Hoppala! Was machst du da, mein Schatz? Was machst du da? Sag mal, was hast du da? Kommt, Mama, halt dich. Wuhu! So, die Waschmaschine mit den Stoffbändeln läuft. Ich glaube, das hört ihr. Und wir haben gegessen. Und jetzt ist auch schon 17 Uhr. Und wir gehen jetzt nach den Abend. Es ist schon richtig dunkel. Es fühlt sich an wie 21 Uhr oder so. Ja. So ist das. Ich habe jetzt gerade schon den Vlog auf meinen Laptop gemacht. Dass ich das dann auch schneiden kann morgen. Und das dann auch relativ schnell online kommt. Kleine, fällige Suche gerade was. Deswegen ist er da gerade die ganze Zeit beschäftigt. So, ich stehe jetzt hier im Anklitzel bei uns. Und werde mich jetzt um die besagte Ecke kümmern. Wir haben übrigens eine neue Kleiderstange. Das sieht jetzt richtig schön aus hier. Wie so ein Kleiderzimmer eben. Aber ich zeige euch mal die besagte Ecke. Bitte bekommt keinen Shop. Es geht um diese Ecke. Also ich habe jetzt hier gerade schon ein paar Sachen nach vorne geholt, wie ihr seht. Also nicht erschrecken. Eigentlich sieht das nicht so aus. Aber trotzdem, es muss einfach hier aufgeräumt werden. Wir haben hier so ein Kallax-Regal stehen. Und auch dahinter ist alles voll, wie ihr seht. Und ich möchte jetzt einmal alles aussortieren. Was wir noch brauchen, was eben nicht mehr. Und ja, alles auch wegsortieren. Je nachdem da, wo es eben hingehört. Ihr seht, hier sind einfach Sachen verteilt. Die hier einfach nicht so liegen müssen. Und ich würde das jetzt gerne einmal alles ordentlich wegräumen. Am besten besorgen wir nochmal so ein Regal. Weil dann könnten wir das nochmal hier so ein Stückchen erweitern. Weil man hier in diesem Kissen einfach so gut was verstauen kann. Und dann würden wir zum Beispiel hier noch eins hinstellen. Wobei ich habe so eins noch unten stehen. In der gleichen Farbe. Nur ein bisschen kleiner. Das könnten wir eigentlich hier hochholen. Und hier hinstellen. Das sage ich Felix gleich mal kurz. Und dann könnten wir das hier noch hinstellen. Beziehungsweise vielleicht hier. Dann sieht man das auch nicht mehr so toll. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir schauen mal. Erstmal werde ich jetzt hier erstmal schauen. Alles rausräumen, was wir nicht mehr brauchen. Und dann einmal alles sortieren. Zum Beispiel da hinten. Ganz hinten in der Ecke ist unsere Weihnachtsdeko. Die wollte ich auch schon mal vorholen. Damit wir das dann in zwei Wochen nicht mehr machen müssen. Hier habe ich zum Beispiel eine Kiste mit den ganzen Foto-Utensilien für meine Babybauchfotos. Das ist halt auch sowas. Ja, muss ich halt auch mal schauen. Das wäre halt perfekt. Weil es sowieso schon in so einer Expedit-Kiste ist. Dass wir dann das andere Expedit mal hochholen. Ich glaube, ich sage das mal Felix kurz. Und wir das dann mal kurz machen. Beziehungsweise nachher. Dann ist es glaube ich echt eine ganz gute Ecke. Wir fangen jetzt erstmal hier an. Den ganzen Sachen. Hier zum Beispiel ist unsere Trage. Aus dem Urlaub. Wo wir mit Lia wandern waren. Aber die brauchen wir natürlich noch. Die kommen natürlich nicht weg. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, So, ich stehe genau an der gleichen Stelle wie vorhin. Und ihr seht, es hat sich etwas gebessert. Wir haben jetzt hier wie gesagt das zweite Kallax stehen. Das passt auch ganz gut. Und dadurch haben wir jetzt hier halt noch so einen kleinen Durchgang. Und dahinter habe ich halt eben alles verstaut, auch sortiert und ordentlich weggeräumt. Und hier stehen jetzt nur noch Felix Motorradsachen, an die er relativ oft muss. Also seinen Helm habe ich jetzt eingepackt in so eine Tasche extra und seine Stiefel. Hier stehen noch ein paar Bilder. Da wissen wir einfach nicht wohin damit. Und da hinten steht mein Korb. Zum Beispiel wenn ich meine Reborn Babys fotografiere, die ich zu verkaufen habe. Deswegen brauche ich das auch relativ häufig. Genau. Aber sonst, ja, habe ich alles weggeräumt. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Vielleicht seid ihr jetzt auch motiviert, eure Wohnung aufzuräumen. Ich bin jetzt voll motiviert. Und genau, deswegen nutzen wir Felix Motorradsachen noch und räume mich noch so ein bisschen um. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!